Beim BVB wartet auf Sebastian Kehl und Edin Terzic zur kommenden Saison einiges an Arbeit und das definitiv nicht zu wenig. Und heute wollen wir uns mal über die einzelnen Baustellen unterhalten, die zur Saison 2023-2024 dringend geschlossen werden müssen. Und die Punkte, die ich hier heute mit euch besprechen möchte, gelten übrigens auch unabhängig davon, wie der BVB diese Saison beendet. Sprich, selbst wenn Borussia Dortmund noch Meister werden sollte, die Baustellen werden im Großen und Ganzen dieselben bleiben. Und ja, denkt an der Stelle übrigens auch daran, den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr über die Bundesliga und den BVB zu verpassen. So, und jetzt gehen wir natürlich rein. Fangen wir mal damit an, an welchen Stellen der Kader verbessert werden muss. Die große Schwachstelle bleibt nach wie vor vor allem die Linksverteidigerposition. Ja, Riasson erledigt seine Aufgaben defensiv sehr solide und auch Guerreiro ist im Verhältnis zu den vorherigen Jahren ein bisschen besser geworden. Aber auf lange Sicht kann man so nicht weitermachen. Riasson ist kein Linksfuß und Guerreiro kein richtiger Verteidiger. Es fehlt zwar noch die offizielle Bestätigung, aber Rami Benzebaini wird wohl der sein, der diese Lücke schließen soll. Wenn man es schafft, ihn richtig zu motivieren, dann denke ich sogar, dass er eine sehr gute Lösung darstellt. Vielleicht sollte man sich zusätzlich aber noch mit einer technisch stärkeren Alternative beschäftigen. Aber da bin ich jetzt mal realistisch, das wird wohl kaum passieren. Wenn man mit Guerreiro verlängern sollte, wird er wohl zusammen mit Riasson den Backup für diese Seite spielen. Ob es dann am Ende für die höchsten Ansprüche genügt, wird sich zeigen müssen. Da steht und fällt dann einfach vieles damit, wie Benzebaini am Ende in Dortmund einschlägt. Aber auch auf der rechten Abwehrseite sollte unbedingt was getan werden. Ja, Marius Wolf hat in vielen Spielen sehr stark gekämpft, aber auch er hat ein ums andere Mal Schwächen offenbart. Was natürlich aber auch daran liegt, dass er gelernter Offensivspieler ist. Riasson sehe ich an der Stelle übrigens eher rechts als links. Aber auch hier muss man so ehrlich sein und sagen, dass er in seinen Fähigkeiten limitiert ist. Folgerichtig arbeitet man hier also auch an einer Verstärkung in Form von Ivan Fresneder. Der 18-jährige Spanier spielt seine erste Profisaison bei Real Valladolid und hat teilweise richtig überzeugende Leistungen gezeigt. Wie man hört, lernt er gerade auch Deutsch. Also stehen die Chancen wahrscheinlich nicht allzu schlecht, dass man hier eine sehr gute Verstärkung zumindest mal perspektivisch gesehen dazu holt. Und ich denke, dann wäre man auf den Außenverteidigerpositionen solide besetzt. Ja, das wäre dann natürlich technisch kein Weltklasseniveau. Aber Terzic hat einen Plan und wenn man ihm das Vertrauen ausspricht, dann sollte man ihn diesen auch durchziehen lassen. Wir haben oft erlebt, dass die Trainer beim BVB eben nicht ihre Vorstellungen erfüllt bekommen haben. Und wir wissen ja alle, wo das hingeführt hat. Aber die Außenverteidigung ist nicht die einzige Kaderbaustelle. Auch auf den offensiven Außen sollte man meiner Einschätzung nach tätig werden. Daniel Mahlen und Karim Adeyemi sind mittlerweile angekommen. Aber wenn sich hier einer verletzt, dann bleiben mit Blick auf die nächste Saison eigentlich nur Jamie Bainu-Gittens und Julian Düranville als Alternativen. Die beiden sind halt noch sehr jung und da fehlt es einfach auch an Erfahrung. Und wehe, hier kommt mir jetzt einer mit Julian Brandt und Marco Reus. Die gehören einfach nicht auf den Außen und bringen auch nicht das Tempo mit. Die will ich nur noch in der Zentrale sehen. Und für Gio Reyna gilt eigentlich auch das Gleiche. Wobei er noch ein bisschen mehr Tempo hat. Trotzdem, auch seine Stärken sind eher in der Zentrale. Deswegen denke ich, wird es ganz wichtig sein, auch mit Blick auf die Belastungssteuerung und Verletzungsanfälligkeit, dass man hier noch jemanden holt. Am besten einen Spieler, der auch ein wenig Erfahrung mitbringt. Wilfried Zaha wäre beispielsweise ablösefrei zu haben. Er ist schnell, torgefährlich, verdient trotz Premier League kein Monstergehalt. Vielleicht sollte man da mal anklopfen. Aber er dient hier jetzt auch nur als Beispiel. Hier kann man jetzt natürlich auch andere Namen einwerfen. Hauptsache man wird noch tätig, damit man nicht, wenn Adeyemi und oder Malen ausfallen, schon wieder Spieler wie Reus oder Brandt auf Außen ausweichen müssen. So viel zu den Außenpositionen. Wo wahrscheinlich aber auch nachgelegt werden muss, ist die Innenverteidigung. Mit Schlotterbeck und Süle hat man eine solide Stamm-Innenverteidigung. Aber wer weiß, wie es mit Hummels weitergeht. Wenn er nicht verlängert, dann wird man hier einen geeigneten Nachfolger verpflichten müssen. Lacroix oder Mavropanos fände ich beispielsweise sehr interessant. Aber mal abwarten. Die Gerüchteküche hält sich da noch etwas zurück. Und was einen vierten Innenverteidiger angeht. Da Benzebaini und Fresneda beide in der Lage sind, auf dieser Position zu spielen, weiß ich nicht, ob man da jetzt unbedingt noch einen vierten teuren Spieler holen muss. Ich finde die Idee, einige Spieler im Kader zu haben, die flexibel eingesetzt werden können, eigentlich nicht schlecht. Ja, Konkurrenz ist sehr wichtig und die wird man ja auch haben. Aber wenn man einen zu aufgeblähten Kader hat, dann kann das auch immer mal wieder zu Unruhen führen. Und das wäre dann wieder sehr kontraproduktiv. So, jetzt müssen wir aber auch mal über die Sturmspitze reden. Mit Allaire und Moukoko ist der BVB hier eigentlich nicht schlecht besetzt. Aber die Zahlen gerade von Allaire sind noch etwas enttäuschend. Erstmal würde ich aber sagen, dass wir Allaire diesbezüglich erst ab der nächsten Saison bewerten sollten. Aktuell wäre es ein bisschen unfair, hier zu hart ins Gericht zu fallen. Klar ist aber, dass Terzic es schaffen muss, einen Plan zu entwickeln, den Stürmer besser in Szene zu setzen. Das hat in dieser Saison wirklich nicht gut funktioniert. Egal ob Allaire oder Modest, oft hatte man einfach den Eindruck, man würde um die beiden herum spielen. Das muss dringend besser werden. Und worüber wir selbstverständlich aussprechen müssen, ist das Kapitänsamt. Hier sollte man sich beim BVB definitiv seine Gedanken machen. Marco Reus ist zwar eine absolute Identifikationsfigur und er hat über ein Jahrzehnt lang großartige Leistungen im BVB-Trikot gezeigt. Aber ist er wirklich jemand, der, wenn es darauf ankommt, vorne weg geht? Ist er der lautstarke Leader, der seine Mannschaft auf dem Platz nochmal so richtig antreibt? Die Fragen muss man leider mit Nein beantworten. Ich würde sogar fast sagen, dass Reus eher ein Symbolkapitän ist. Einfach nur, weil er das Gesicht des Vereins widerspiegelt. Aber wenn es darauf ankam, dann war er als Kapitän unsichtbar. Und deswegen bin ich der Meinung, sollte es hier eine Ablösung geben. Jetzt muss man natürlich schauen, wer da in Frage kommen würde. Aber ich denke, dass man da mit Emre Can und Gregor Kobel zwei geeignete Kandidaten hätte. Jetzt regt sich bestimmt gerade der ein oder andere auf, wie ich nur Emre Can nennen kann. Er bringt ja erst seit der Rückrunde so wirklich seine Leistung. Ja, das stimmt, aber tatsächlich ist er gefühlt der Einzige, der sie konstant bringt. Der Alarm macht, der lautstark ist, der seine Mitspieler anstachelt und der auch vorangegangen ist. Von daher, Can ist durchaus ein Kandidat. Zumindest meiner Meinung nach. Vielleicht bleibt aber auch Jude Bellingham über den Sommer hinaus beim BVB. Dann ist natürlich auch er ein heißer Kandidat. Vielleicht dann sogar der heißeste. Aber eins steht für mich fest, es macht keinen Sinn, die Binde nur aus Prinzip Marco Reus zu überlassen. Da wird auch er sein Ego zurückstellen müssen. Mal abgesehen davon, dass ich mir gut vorstellen kann, dass er zur kommenden Saison, wenn er bleiben sollte, kein Stammspieler mehr sein wird. Und jetzt gehen wir mal zur Transferpolitik. Ja, der BVB wird nicht drum herum kommen, immer auf junge Talente zu setzen. Diese zu entwickeln und dann Maisbeaten zu versteigern. Aber was definitiv wichtig sein wird, es dürfen nur noch Spieler geholt werden, die sich für die Zeit, die sie beim BVB verbringen werden, zu 100% bereit sind, sich auch für diesen Verein zu zerreißen. Egal, ob sie nur für zwei, drei Jahre, vielleicht auch nur für ein Jahr kommen. Aber diese Zeit muss sich voll reingehauen werden. So ein Daichi Kamada, der den BVB zappeln lassen hat, den hätte man alleine deswegen sowieso schon nicht mehr holen dürfen. Dortmund darf nicht nur diese eine Durchgangsstation sein. Und ich denke, viel mehr ist dazu auch nicht zu sagen. So, und jetzt wo wir das ganze Personal durchgekaut haben, müssen wir natürlich auch über die Mentalitätssorgen beim BVB sprechen. Da kommt man einfach nicht drum herum. Eine Problematik, die bald ihr 10-jähriges Jubiläum feiert. Oder vielleicht sogar schon gefeiert hat. Ich bin mir da mittlerweile gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall möchte dieses Problem einfach nicht verschwinden. Nein, manchmal verschärft sich die ganze Sache sogar so stark, dass man mittlerweile sagen muss, da ist der BVB einfach besonders schlecht. Manchmal hat man wirklich den Eindruck, dass diese Mannschaft keinen Bock hat, was zu erreichen. Immer wieder lässt das Team sich hängen. Immer wieder verliert diese Mannschaft den Mut. Immer wieder verliert sie den Faden. Vergiss den Plan. Vergiss die letzten Meter zu machen. Vergiss sich in die entscheidenden Zweikämpfe zu schmeißen. Vergiss, worum es eigentlich geht. Also wenn man sich Totalausfälle wie gegen Werder Bremen und den VfB Stuttgart reinzieht, dann verliert man einfach sein Glauben daran, dass wir von einer Mannschaft sprechen, die unbedingt einen Titel gewinnen will. Und ja, jedes Jahr sage ich dasselbe. Aber solange sich nichts ändert, muss man es auch einfach immer wieder ansprechen. Diese Mannschaft muss lernen, über 90 Minuten mit dem Kopf zu 100% bei der Sache zu bleiben. Nie den Glauben zu verlieren, diszipliniert den Plan durchzuziehen, auch mal lernen mitzudenken, wenn es eng wird. Und wobei, über 90 Minuten ist hier vielleicht falsch. Das kriegen sie ja manchmal sogar hin. Über 90 Minuten an 34 Spieltagen wäre richtiger. Und das bitte auch, wenn man einen zwei Tore Vorsprung hat. Auch wenn der Gegner in der unteren Tabellenhälfte geistert. Wenn der BVB das nicht hinbekommt, dann wird man immer wieder unnötig Geschenke verteilen. Manchmal habe ich den Eindruck, die Spieler nehmen den Gegner dann plötzlich nicht mehr ernst. Es ist einfach unglaublich. Und das schadet dann am Ende nicht nur dem Verein, sondern auch der Bundesliga. Denn wenn Dortmund in dieser Saison nicht Meister wird, dann sind definitiv nicht die Bayern schuld. Die haben genug liegen lassen. Nein, dann liegt es natürlich auch daran, dass keine andere Mannschaft bereit ist, sich das Trikot so zu zerreißen, um die Gelegenheiten auszunutzen. Genau deswegen, die Mentalitätsfrage bleibt Thema und kann es auch gerne so lange bleiben, bis die leider sehr regelmäßigen Peinlichkeiten ihr Ende finden. Für mich mit Abstand der wichtigste Punkt weiterhin. Man bekommt manchmal einfach den Eindruck, dass diese Mannschaft untrainierbar ist. Und Spaß, im Worst Case würde ich mal den Magath anrufen, damit er den Laden einfach mal aufräumt. Und ja, damit sind wir dann auch durch. Das waren die Baustellen des BVB für die Saison 2023-2024. Schreibt mir an der Stelle gerne mal in die Kommentare, ob ihr dem BVB zutraut, einige davon zu schließen. Und gerne auch, was ich vielleicht vergessen habe. In dem Sinne, ihr wisst Bescheid, macht's wie immer besser und bleibt am Ball.